wenn man das so so ist auch ganz cool geht es nicht mehr offen ich bin eigentlich da also auch laut streamen bin ich da also eigentlich bin ich da 26 sekunden also ja bei mir steht auch 20 sekunden jetzt aber wenn wir dann wenn wir läuft das schon die ganze zeit weiter sieht das so dass anders aus oder sieht das genauso aus uns täuscht naja müssen wir so mal gucken ich habe keine ahnung was das heute ist machen wir das denn hier wollen wir das so rein dass es so ist ne das sieht komisch aus du bist jetzt in die richtung vier weiter vier zu den seiten und vier nach unten ja das ist für mich keine krypter das ist für mich und vier nach hinten das ist für mich alles viel zu klein und wir müssen eh die neuen dings bauen warte mal hier bin ich nah dran und da bin ich ein stück weg ich habe darüber genau so immer noch nicht dran ok jetzt sieht es doch jetzt weiß ich was so komisch aussah okie dokie ich weiß gar nicht ob wir die wand hier nehmen wollen oder doch eine andere willst du wenn wir unten die roten wände nehmen oder was anderes nehmen hier ruhig stehe wenn du mal her guckst bitte beachte mich nicht meine meine rüstung sieht ja zusammengewürfelt ausgerade ich finde die eigentlich ganz nice was meinst du passt zum unterirdischen ganz gut eigentlich na denke ich ein stück so ich würde jetzt aber gerne guck mal soll ich den pfeiler so durchziehen bis nach oben oder sieht das eigentlich finde ich muss das irgendwie sein weil das muss ja irgendwo befestigt sein machst du schon ich bin mir da gerade nicht so ich glaube der ist zu dick nicht gesagt so 1 höhere bauen ich glaube wir müssen hier so so wird aufpassen sich oben nicht durchkomme ich weiß nicht so dass bis nach oben durchgehen und wie macht das sinn aber ich weiß nicht wir machen das so hier ich mache ich doch um eine dicke drauf ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht naja ist aber jetzt ein ganzes stück tiefer noch weg ist der boden komisch gebaut da war ein loch ja hier ist auch ein ganz sind hier passiert das ist ja ganz zusammengewürfelt hier weiß nicht was hier passiert ist aber das sieht ganz ulkig aus na ja lass nicht drüber reden da musst du auf das nicht von der onlyfans gehen eben wir reden jetzt plötzlich wie ausströmen ja die haben auch angesagt dass bayern regnen soll heute also richtig viel möchte das aber nicht ich möchte schönes wetter da möchte ich bestimmen wollen wir wollen im discord machen oh guck mal torsten bei torsten sagt er froh weihnachten bei mir sagt er ich soll wurstfach zeigen das finde ich jetzt nicht nett und meine eier ist hier privatsphäre ich gehe keinem was an geht unter die gürtellinie du kannst dich auch nach oben klemmen also ich kenne das mit torsten nicht aber das wäre was neues für uns das was besonderes ich bin ich nicht nur einer ja das sagen wir alle normalerweise ja ja das sagen sie alle und am ende sind so schwanger ich brauche mal ein marmor und eisenbrich aber unsere luga nicht sollte man zeigen wie schnell ich klicken kann weißt schon dass du mit umschalt leer mehr herstell kannst ja aber ich mag lieber drrrr das ist ja egal die kann ich von den steuern absetzen so natürlich weil ich smart und klug bin so warte mal ist das kann das sein ich glaube hier vorne muss mir ausgehoben werden glaube ja naja da war das ding so jetzt müsste das doch so jetzt müsste das doch angehen oder ist das jetzt drin hä oder ist das so wegen dem ding da oben wahrscheinlich war weil ich das dahin gebaut was dann ich habe so eine komische ecke wo denn oben ich glaube das ist irgendwo so eine stütz ist das von deinem haut nächste boden oder warte mal ich geh kurz um gucken wo es ist warte ich glaube das ist der schmied das ist der eingang vor dem vor dem untergrund hier komm her zu mir geht es geht zum eingang ja mach ich doch bin dabei alte frau ist ja das ist der eingang und wird doch nicht nach oben sondern nach unten bauen pfeife ich habe gesagt ja dann müssen wir da hinten ein bisschen tiefer gehen ich bin jetzt hier also vier weiter weiter geht es nicht jetzt kann ich nach unten bauen dann verkleiden wir die ecke einfach später mit dings marmorstein und eisenbring war sonst hier für ein loch sonst hier eigentlich für ein loch hat sich da eine ameise durchgefressen da oben das da hab ich nicht dahin gemacht hast du mal da rein geguckt ach so ich glaube war das am anfang mexischen und so ich schiebe es einfach auf max ich schiebe es einfach auf max max der frechdachs so ich habe jetzt hier eine ganz andere geschichte und zwar müsste ich das ist eine halbe wand die frage ist ja wie machen wir nicht richtig vielleicht nehmen wir doch das hier machen das so ich glaube wie tief wirst du eigentlich jetzt gehen so tief wie du bist oder noch tiefer eigentlich wollte ich noch tiefer aber ich muss ja erstmal mit der treppe hinterher kommt es kommt ja hier keiner so mehr hoch später so dann haben wir erstmal die seite das ding hier ne das kommt auch erstmal weg dann machen ja machen wir das so fresh das gleiche oder hast du noch so ne standfackel oder ne wir müssten theoretisch noch standfackel besitzen oder auf strahler wo hin na hier weiter unten hin einfach ja ich bin auf die treppe meinte ich aber es ist so ich pack's gleich hinterher ja alles gut ja weil du da standest deswegen hab ich mir gedacht du brauchst einen alt je wütet ist kein problem für mich ich kann das ja ich bin ja ein großes mädchen so ist das doch ja schon bin schon groß so jetzt sehe ich in den ecken hier aber nix war he he naja meinst du denn so tief ist cool oder so eigentlich ist mir das nicht tief genug ehrlich gesagt die müssen halt den ganzen brunnen nochmal neu bauen ne also merkt er schon mal wie es so gebaut hat ne also ja ich weiß wie ich es gebaut habe tatsächlich ich weiß wie ich das gebaut habe ich muss mir jetzt erstmal ach da ist eine lücke deswegen sieht das so beschissen aus ja ah dies macht natürlich Sinn doch denk je nach wat ne ne hm so macht das doch viel mehr Sinn ok ok jetzt muss das hier unten trotzdem noch weg ok jetzt muss das hier unten trotzdem noch weg wir wollten doch sowieso den verbesserten brunnen bauen right genau ok aber der hätte mir nicht das ganze gebäude abreißen müssen eh ja ne ich will auch noch ich will auch nicht das ganze gebäude abreißen das war mir von anfang an nicht tief genug aber an dem tag haben wir so viel gebaut gehabt dass glaube ich keiner mehr lust hat da auf lugas komm mach noch tiefer noch tiefer noch tiefer wie keine lust wer macht sowas was halt achso ne das hört zu weit vorne wie sehen sie das so beschissen aus hier muss das sein oder ne ok hier it's right die frage ist kriegen wir diese ecke hier auch ein stück schöner hin next warte mal ne ist richtig so ok oh nein schriegt falsch an aber nur ganz bisschen ich mag meine baustelle mitnehmen sollen sieht auf jeden Fall witzig aus ja gut der bleibt jetzt für immer dort den kriegst du jetzt nie wieder zurück dorsten nein nie wieder nicht meine baustelle nicht meine baustelle nicht meine baustelle nie wieder so ich hab schon mal da die wand verkleidet achso ich muss hier noch die die man wird hier zurück gelassen den boden müssen wir hier noch machen ähm warum also ich bin jetzt drei tief soll ich noch eins tiefer machen warte mal kurz ich hab hier so ne komische ich glaub das klimmt mit der ja hab ich mir gedacht das klimmt mit der ollen scheiße zusammen hier warte ganz kurz ich muss ja ja ich bin halt auch grad am überlegen mhm ich mein das vier links rechts und nach unten findest du das tief hier noch also ich würd eigentlich auf jeden fall noch ein tiefer gehen wollen wenn's nach mir gehen würd ich würd so ein riesen ding bauen wollen na ich ja auch das heißt nochmal vier tief oder so ja eigentlich schon ich möchte halt dass nebel oben an der decke ist ne wenn's nach mir geht dann noch vier tief dann noch vier tief okay so ein richtiger brecher halt einfach so muss man aber ganz bei der länge noch gehen jetzt muss ich erstmal die brücke äh ne brücke fahren oh ne brücke die müssten wir eigentlich auch bauen jungen das wärs du hast schon mal gesagt aus mir fehlt wär ein bisschen so wasser dass du so wasser anlegen kannst ne so 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 ne brücke in der krypto das wär schon sick wie jetzt immer so ah ne jetzt perfekt jetzt blitz also wenn ich weg bin dann ist es gewitter ok aber ich habe aufgegessen also mir liegt es nicht war artig ich hab halt auch artig aufgegessen hä warum hä wo kommt der feiler her hä warum steht hier ein feiler was hä siehst du das auch oder siehst du dass hier ein feiler steht das hier hier weil du den da hingesetzt hast ne hab ich nicht hier oh hier guck doch mal im stream äh dein stream der hängt bei mir grad Moment achso den nö hab ich nicht ich kann da auch durchlaufen ich hab aber keine ahnung was das ist doch dass der blau hinterlegt ist denk ich das ich kann es aber auch nicht weg machen ja ich hab keinen hier ist ja witzig ich glaub mir liegt es nicht ich glaub das ist ein anzeige fehler ich glaub das ist kaputt gemacht hab ich gar nicht ich mach nie was kaputt ich mach nie was nö ich hab also weiß ich jetzt auch nicht du äh eigentlich war ich ja am fixen von dem loch und dann auf einmal ist das ding hier ich glaub das ist ein anzeige fehler aber das stream läuft auch ja bitte kurz der hänger kann ja auch wie gesagt an mir liegen mit den regenschauer hier ja wie ist ja unend weil das alles komisch mit internet und so und nicht dass du wieder im dunkeln sitzt na wie das letzte mal war ja wirklich alles weg ja du musst erstmal ne kerze suchen hast du gar keinen oder was ja schon aber musst du erstmal dahin gelangen im dunkeln und dann ein feuerzeug musste ich suchen ich brauche nicht so oft ein feuerzeug was rauchst du etwa nicht ich bin nicht so ein cooles kid rauchen ist eigentlich voll uncool das ist richtig ich bin auch ganz froh dass ich nicht mehr rauche tatsächlich jetzt komm ich da oben nicht mehr hoch warte mal ich muss mir hier wieder bauen ich schneide eine stütze so eigentlich ist gar nicht so uncool wenn die dinger da oben bleiben oder diese leuchteteile die ich hier gebaut hab die hier und dann leuchten die halt hier oben oder was meinst du nicht ganz genau wo du meinst na hier die seite achso oh du hast die ja schon weggerissen ja gut was hab ich weggerissen na die seiten die leuchten achso diese schädeldinger hier aber ja es ist ja quatsch weil wir machen die seiten ja eh weg ich hatte nen Lenkfehler entschuldige bitte ich hab nur das ausgeführst du gesagt hast vier nach links ich weiß ich weiß doch alles gut ähm hm ein bisschen tiefer eigentlich bräuchte ich hier viel mehr licht ich hast du noch nen baustrahler dabei äh ja kannst du mir doch einfach schenken in die tasche in die tasche achso biedu 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 da komm ich würde hier gerne ein bisschen arkt ich sehe nämlich hier hinten also gar nichts in den ritzen irgendwann finde ich gold ich sag's dir dass unsere base noch steht ist eigentlich ein wunder naja so unterirdisch äh wie viele gänge wir hier sind findest du nicht wie geht der marmor aus ey sag mal marmor haben wir jetzt eigentlich nur den dungeons gefunden ne den konnten wir nicht abbauen oder ähm das ist eine sehr gute frau ich glaube nur den dungeon weil das wird ein taffe geschichte das ist eine sehr gute die 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 Untertitelung des ZDF, 2020